An meiner Seite Dagmar Kersten, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von 88 in Saul am Stufenbahn und Siegerin des DDB-Pokals im Mehrkampf 1985. Dagmar, das ist schon ein bisschen her, da warst du doch ein Kind, oder? Oh ja, das kann man wohl so sagen. Gut, wir beide sind bereit, ich hoffe die Turnerinnen und Turner auch, dann kann's losgehen. Die Bildführung hat Günther Beetz.